Willkommen im Vizeroi Bali, dem besten Hotel der Welt, laut Condé Nast. Davon wollen wir uns jetzt ein eigenes Bild machen. Das familiengeführte Ressort mit 45 grandiosen Villen bietet die absolute Privatsphäre. Eine dieser exklusiven Oasen, das ist die Deluxe Pool Villa mit 100 Quadratmetern, einer freistehenden Badewanne, riesigem Bett und dem Traumpool und Dschungelblick. Alles in Heim. Ob in den hauseigenen zwei Restaurants oder in den Räumen der privaten Villen, hier kommen kulinarisch alle Gäste auf ihre Kosten. Um die Gäste mit Frische zu verwöhnen, hat das Hotel ein eigenes Greenhouse. Hier gibt es Obst, Gemüse, alles was die Insel Bali herzugehen hat. Mein absolutes Highlight hier im Hotel sind die großen Villen, die absolute Privatsphäre bieten. Wenn euch die Einblicke gefallen haben, dann folgt mir für mehr Reisetipps. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.